Ähm, Leute, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber Mella hat sich von mir getrennt. Meine Lieblings-Talkerin, die ist quasi weg. Macht mich schon echt ein bisschen traurig, wa? Natürlich nicht! Das ist die geilste Nachricht des Tages! Ey, endlich hat die Alter kapiert, die geht mir nicht mehr auf den Sack. Ich bin ein freier Mann, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich werde nicht mehr verfolgt. Das ist doch super, oder?